Bereite dich gut vor, du musst anfangen und chill kann auch nicht. Da dachte ich schon so, okay, fuck. Ja, ich habe jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen wenig gemacht, war mehr oder weniger im Urlaub, habe zweimal in Hamburg trainiert, einmal eher Eingewöhnung, einmal so ein bisschen mit Ball. Und okay, jetzt heute Länderspiel, 60 Minuten safe. Gut, kann man mal so machen. Andere Sachen fühlen sich wahrscheinlich besser an in dem Moment. Man fühlt sich nicht so richtig gut auf, nicht so richtig wohl und gut aufgehoben in dem Moment, aber ich hatte ja auch nichts zu verlieren, es war klar, dass ich spielen muss.